Herzlich Willkommen in euren Freunde zurück zu Minecraft Dungeons Gestern haben wir die Kürbisweiten gemacht und dort haben wir auch den Erzhafen gefunden Deshalb werden wir den heute machen Wir haben 22, 27, ja da machen wir den glaube ich auf 27, ja müsste hinhauen Müsste hinhauen Ich hoffe wir kriegen nochmal cooles Zeug Irgendwie schwirrt mir auch die ganze Zeit so ne Fledermaus herum, ich weiß nicht warum Vielleicht wegen der neuen Rüstung, I don't know Ja, was gibt's noch was Neues, ich hab gestern Haus des Geldes zu Ende geschaut Staffel 3 und 4 Und ja, das war's eigentlich auch schon So, wie stark seid ihr denn hier? Okay, also geht Geht, Schatz, oh nein Warte Das war eben hier, bam Hä, wo ist denn die Hexe? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo die Hexe ist Äh, ich kann mich nicht bewegen Jei Ich konnte mich nicht bewegen, Alter Wie ist denn hier? Äh Ups Ich konnte mich grad nicht bewegen, ich weiß nicht warum Oh, jetzt hab ich schon wieder B gedrückt Wollte ich nicht So, der ist auf jeden Fall weg So Bam Warte mal ey Okay Wutsch Und jetzt Pfeile Pfeile, Pfeile, Pfeile Ich frag mich echt, woher Achso, ich hab ja kein Schnelllaufen mehr Wo ist denn die Hexe? Ich würd ganz gern wissen, wo die Hexe ist Aber ich seh hier auch keine Hm Warte, wir gucken mal eben Ah, guck mal Rechts geht's nur weiter und links auch hier Gehen wir mal ganz kurz gucken Ob hier auf der Insel was ist Nein, ist nicht Okay So, dann gehen wir aber noch da hinten hin Ich weiß jetzt nicht, wo die Hexe ist Also eigentlich müsste da doch eine Hexe gewesen sein So, hier haben wir das hier gefunden Als ob wir nur das hier gefunden haben Das wäre ja schon wieder traurig Weil immer diese Orte, wo nichts ist, Leute Ey, das ist ja hier ganz schön schlimm Ganz, ganz schlimm Okay, dann gehen wir mal weiter Ja, dann gehen wir mal weiter Gucken Hallo, Leute Oh, da ist ein Magier dabei Aber erstmal macht mir den Creeper weg Bam Da reicht das doch Äh, hier bitte Oh Gott Oh, ich dachte, das macht endlich Schaden Macht das nicht Okay Das ist auch sehr schön zu wissen Ach, es ist echt angenehm Oh Man muss schon sagen, das ist ganz schön angenehm Dieser Sprung Ups Bin ich runtergeplumpst Ach, Mann Dieser Erdbindiger immer Äh Noch ein bisschen Gesundheit Deswegen Nütze ich gerade das Zeugs hier So Und Ach, oben sind die Alter, unten aber auch So Der ist weg Der ist weg Du auch Danke Danke, kleiner Creeper Kann ich hier drüber sprechen? Oh, ich hab hier gedrückt Nee, kann ich nicht Okay, aber das sieht da Rechts sehr, sehr seltsam aus Deswegen würde ich da eigentlich ganz gern mal hin Aber kann man nicht Okay Dann nicht Kein Problem Habe ich heute was übersehen? Oh, jo Da ist eine Truhe irgendwo Da oben? Ah, da oben Okay Hier, als ob das Mann, 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 Mann Oh Dreckigste Da komme ich nicht her Da muss ich mal Jetzt aber Bam, 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 bam Ach, der Stun ist ganz cool Und praktisch Ob, ich bin runtergefallen Und im Spinnnetz Danke So Pfeile Super Ich frage mich die ganze Zeit Was explodiert Oh Gott Okay Ich sehe es jetzt Jetzt habe ich es gesehen Finde alle was Finde alle Zaubersprüche Okay Im Schutz der Dunkelheit Habe ich heute was übersehen? Ah Ja Einen sehr, sehr großen Bereich sogar Wo ist der denn da unten? Muss ja Hier sein Aha Sieh an, sieh an Ach, hier ist ja überhaupt niemand Hier haben wir Auch keine Kiste Okay Komm schon Hier muss ja irgendwas sein Das wäre ja sehr, sehr traurig Wenn hier nichts ist Und es geht sogar hier noch Sehr lange weiter Mal eben hier einmal Abschicken Da scheint aber auch nichts zu sein Okay Dann gehen wir mal da hin So Komm Komm Gib mir nen Schatz Was ist das denn hier Ne Creeper-Statue Okay Und hier haben wir nen Schalter Oder so Oh ja Weg Weg mit dem Dreck Wie Bam 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 Oh, das war's schon Danke Eine seltene Rüstung Haben wir die schon? 27 Der 2 Verzauberung 144 Gesundheit 1 Schadenzündung Schadenzerstärkung Ist eure für Waffen Gibt ihr einen Fehler Mausbegleiter Vielleicht die eigentlich schon Jetzt schon besser Oh, es wird angegriffen Aber von was Ich gehe nochmal hier rein Äh Aber warte Wir müssen hier erstmal verwerten Und dann hier Verzauberung machen Bei der Aktivierung Eines Art wird deine Bewegungsgeschwindigkeit Kurzzeitig um 20% erhöht Nee, brauch ich nicht Nahrungs auch nicht Verzauberungsgeschenk Eigentlich nicht Hm Schneeball Die sind kurzzeitig betäubt Das ist ganz cool Okay Nimm das mal hier Und dann nehmen wir das Also so cool ist die Rüstung Doch nicht Hier ist noch ne Dings Da hab ich alles erkundigt Scheint so, ne Sehr schön Kann ich ja weitergehen Wie viele Kisten gibt's hier eigentlich? Noch zwei Noch zwei versteckte Okay Okay Äh B Oh ne X Wollte ich machen Bin ich nämlich zumindest etwas Schneller Wie Das ist mit der Feder Ganz schön cool eigentlich Zack 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 Oh ich krieg langsam Hunger Ich weiß noch gar nicht was mir heute Ah doch weiß ich wollte mir Pommes machen Pommes Fried So Hallo Liebt ihr jemand? Ja Da leben wir Ich So Bam Bim 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 Boom Okay Da ist das Tor Heißt Hier muss auf jeden Fall noch etwas sein Ich würde gerne den Creeper da eben aufhalten. Ja, das habe ich gemacht. Super. Oh, bitteschön. Bam. Hier ein bisschen aufhalten, ne? Ups. Oh nein. Oh Gott, das war sehr gut von mir. Perfekt. Och Mann, ey. Du Kackmagier, ey. So, danke. Schön, dass ich jetzt hier unten bin. Sehr gut. Ich sehe noch irgendwer da hinten. Ja. Ha. Oh, ihr seid da nicht. Okay. Ist das... Och, Alter. Wieso läuft der denn jetzt da weg? Wir heilen uns mal hier. Die Feder ist echt cool. Wirklich. So. Da haben wir auch noch einen. Hier auch. Oh. Kommt die wieder? Oder woher kommt die? Was habe ich da denn? Sicheln. Cool. Oder bessere. Ah, da hinten waren wir noch nicht. Oh. Ja gut, ich komme da hoch. Super. Super. Hier haben wir nichts. Hier hinten wahrscheinlich auch nichts. Ne, scheint nicht so. Oh, da war ein Tor. Okay. Ah. Aha, okay. Ja. I understand. Kunde die Höhle. Uh, hier ist eine Höhle. Okay. Jetzt haben wir mal rein. Ich schmeiße mir mal einen TNT-Block rein. Perfekt. Oh, guck mal. Direkt eine Kiste. Äh. Sehr gut. Gucken wir gleich, wie wir rein kommen. Erstmal möchte ich den Keyfeller wegmachen. So. Okay. Äh, wie gegen Rollen? R. Oder X. Hä? Warte mal. Wie kommt man denn da hoch? Ah. Oh. Wie kommt man denn da hoch? Ah, von hier oben wahrscheinlich? Er? Oh Gott, ey. Er. Oh Gott. Oh, ein Langbogen. Er ist angeblich viel besser als meiner. 32. Uh. Der ist wirklich besser. Dann kommst du aber weg, leider. Oh Gott. Dann tschüss. Oh, rüber. So, verzaubern. Ein Treffer bei Gegnern. Äh, ein Treffer bei Gegnern kann ihn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Reiserei... Oder allerdings... Aha. Will ich Gesundheit immer zurückhaben? Oder... Nehmen wir mal das hier. So, jetzt hab ich noch einen Punkt frei. Der hilft uns aber wahrscheinlich nirgendwo. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, wollen wir mal ausprobieren? Bam. 215 Schaden, das ist ja cool. Sehr, sehr schön. Hab ich da hinten eigentlich was übersehen? Ne, hab ich nicht. Ich hätte auch mal nach den Sicheln gucken können. 32, 32 bis... Oh. Ist gar nicht so viel besser. Finde einen anderen Ausgang. Okay. Oh Gott. Weg mit dir, Zauberer. ins Wasser kann ich hier nicht, ne? Tschüss. Kleines Ding. Oh, da oben ist auch wieder was. Hopp. Super. Oh, eine Seldnerrussung. Die ist schon wieder besser. 150. Junge, Junge. Kann ich dich ja wieder verwerten. Und dich verzaubern. Wiederverwerter. Nach einem erlittenen Treffer durch Geschosse, die Schaden für Ursachen wird manchmal ein kleiner Kücher mit Pfeilen hergestellt. Oh, das ist natürlich cool. Nahkampf. Reichweite Schaden. Ja, komm. Ja, komm. Dann nehm ich dich. Dann nehm ich dich. Ach, dann hab ich auch alles gefunden, ne? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Oh, ne Falle. Oh, ne Falle. Oh, oh, oh Gott. Das ist nur die Seile. Bist du denn der Typ? Äh. Hallo? Ah, da. Da versteckt der Kleine sich. Weg mit dir. Segle davon. Okay. Dann. Segle ich mal davon, ne? Ach, das war doch ein süßer kleiner Dungeon. Der hat mir sehr gefallen. 17 Minuten wohl, Leute. Es gibt doch noch kurze Dungeons. Ich fass es nicht. Und nach mir? Ne, wenn es jetzt nach mir gehen würde. Hätte ich jetzt 100% gehabt. Aber ne, ich hab nur 84. Okay. Zeig mal her, was ich hier von der Truhe bekomme. Wunderbarer Weizen. Der Gegenstand verstürmt kaum Wahrnehmer den Duft von weiten Wiesen, gebackenem Brot und frisch geerntetem Getreide. Was bringt mir der? Was bringt mir der denn? Beschwört ein Lama, das dem Kampf hilft. Oh, cool. Auch cool. Äh, du kannst weg. Hier kann ich nichts mehr verzaubern, ne? Aber ich bin echt mit meiner Rüstung sehr, sehr zufrieden. Flammkirche ist natürlich auch sehr cool. Und ein Windhorn. Und ein Dingsi. Können wir mal gucken hier. 26 ist auf jeden Fall viel, viel besser als das da. Deswegen könnten wir das hier auch, äh, verwerten. 30, 30, 30. Kannst du auf jeden Fall weg. Dich hab ich noch nicht. Windhorn. Was macht das? Stößt Gegner von dir weg und verlangsamt sie kurzzeitig. Wenn das Windhorn durch die Wälder der Oberwelt tönt, erzittern die Kreaturen in der Nacht vor Furcht. Okay, cool. Cool, Leute. Dann, Können wir hier noch einmal 1, 2, 3, 4, und 5. So, dann gehen wir dann hier auch nochmal gucken. Dich brauch ich auf jeden Fall nicht. Langbogen hab ich. Gewerten. Hier behalte ich mal die Armbrust. Mit Leber haben wir noch nicht. Und den Trickbogen, den haben wir auch nicht. Sehr schön. Dann behalten wir die. Dann behalten wir das mal. Okay, Leute. Dann, was ist das mit diesem Part? Im nächsten Part geht es dann in, ja, in, hier in Kakteen-Schluch, würde ich sagen. Welche Kraft brauchen wir da? 27, ach, 27 ist das höchste. Okay, ja gut, ne? Dann wird das ja auch ein Kinderspiel werden, würde ich sagen. Nächstes, was ist das denn? Zwei Missionen. Achso. Okay, ja, die beiden. Okay, dann, ah, ah, okay, wir müssen einmal den Erz-Illager besiegen, und danach können wir, äh, Abenteuer hier machen. dass das schwieriger ist. Vielleicht machen wir das dann auch. Dann machen wir nochmal alle Dungeons durch. Ich bin gespannt. Naja, Leute, das war's erstmal. Bis dann, euer Kamito. haut rein und ciao. Vielen Dank.